Der Quälenkulturpark, da fällt mir ein Text von Werner Kofler ein, den ich leicht verändere und der geht so, die Gürtschitz rennt in die Gurk, die Gurk rennt in die Trau, die Trau rennt in die Donau und die Donau rennt ins Schwarze Meer. Es ist unglaublich. Und unglaublich ist es auch für sehr viele, wenn sie da herkommen in diesem kleinen Ort und diesen Park und dieses Museum vorfinden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.